ja zombies ich weiß nicht ob josi das schon erzählt hatte aber die zombies laufen unter wasser auf dem grund ja okay ja ne hat sie nicht und schon fast zum verhängnis geworden und testspielen und der wasser sieht viel weiter weg aus als von oben also ich muss jetzt erstmal irgendwie alles loswerden also auf dem kompass eingezeichnet ist ja eigentlich ganz nett doch auf der karte sogar wie weit muss ich denn hier muss ja erstmal einen moment was essen die zunahe aus und du brauchst noch ewig bist du da bist der lachs ist nie so besonders lachs scheiße ich bin klar trinken aber das muss ich noch essen so wir nehmen jetzt erst mal jetzt schnell was trinken tollen raum was brauche ich denn dann noch ich habe alles toll ich wäre gerne dabei gewesen wenigstens um zu gucken wie es aussieht können ja die zweite noch machen die ist ja gleich hier ich gucke mal kurz ob ich einen antibiotika dabei habe ich habe antibiotika dann ja sehr gut sehr gut sehr gut ich hoffe ich sterbe vorher warte ich hole nur noch die andere kiste äh ich bin auf 46 grad what ja jacke ausziehen wieso habe ich immer noch diesen bekackten pullover in einem schon dreimal rausgeschmissen ist bestimmt wieder angezogen als wenn du deine sachen aufgenommen hast ich habe jetzt übrigens 64 wasser ja nice kann nie genug wasser haben nee kann man nicht ich finde es auch gut dass ich nicht alle eigentlich schon aufhören oh geil ich ertrinke tauchst du oder? hoch hoch ja ja mit leert hast du tauchst du schneller auf das war eng that's what she said that's what he said also so unter der Dauerbelastung höre ich mein pc dann doch plötzlich da drehen die Lüfter irgendwann hoch wie weit ist denn das noch bis dahin ey das ist ewig weit also ich von mir bis zu dir mal zwei warum bin ich so weit weg von dir? ja hä ich hatte doch Pistolenläufe warum ich hab 44 Pistolenläufe ja das ist nicht die Anzahl Daniel ah verdammt ich bin bekloppt ja stimmt ich bin dass der Fehler uns alle passiert wahrscheinlich liegt das Ding auf der Insel dort ey ne ich denke fast auch im Wasser ja ist auch noch im Wasser da war ich schon das ist direkt an der Küste aber es müsste noch im Wasser liegen boah du springst meine Gläser tatsächlich oder es kommt einem nur so vor aber ne ne ich hätte gesagt ja hä ich hab doch fast Schlussgehäuse muss das für den gleichen Level sein? vielleicht muss es für die richtige Waffe sein das könnte vielleicht daran liegen dass ich keinen Inventarplatz mehr frei hab ich guck mal kurz ja Gott ey wir sind hier am Rande der Welt Marius oh ich hab ne abgesegnete Schotflinte gemacht yeee hast du Punition? vier Schuss warum hat die Schotflinte eigentlich keinen Schaden? echt? nee die hat keinen Schaden steht da null aber was? hä was ist denn das für ein Dreck? keine bösen Wörter Popel Daniel das ist ein Popel kurzer Schotflintenschaft fehlt hab ich doch Schotflintenteile hatte ich doch auch alles klar ah ich bin bekloppt ich raste aus keine Einwände jetzt mal ohne Scheiße muss die Dinger links in das Crafting-Menu klicken da muss man doch erstmal drauf kommen also wie beim Lagerfeuer ja nur links oder was? so ungefähr ja ich hab auf jeden Fall Maschinenpistolen-Bauteile ja großer Safe bei uns im Lager äh wo waren die noch mal ach da drüben glaub ich ja da bin ich gerade drin jetzt nicht mehr mach jetzt hier alles unordentlich not today mach alles unordentlich muah ich kann meinen Ledermantel nicht ablegen weil ich keinen Platz mit mit habe nice pack jetzt hier alles rein was ihr eventuell gebrauchen könnt Josi ich hab's eigentlich sortiert tu es nicht ich hab's von oben nach unten sortiert ich weiß ich hab ja gesagt ich mach alles unordentlich naja nicht ganz ups mach mal noch so ein paar Bastelgeschichten äh in den Schreibtisch rein jo ich will nur die Sachen mitnehmen die auch irgendein sind ups mal alter wer Knoten hier so bist du das mein Magen ja im Spiel und im Real Life auch alter alter ja schade wenn wir jetzt eine LAN-Party machen würden dann würde ich jetzt alle Sandwiches machen ich hab nämlich auch Hunger ich weiß nur aber ich werd mal gleich nach Hause kommen yeah meine Obergrenze ist äh von Gesundheit ist gestiegen cool also meine ist schon mal um eins gestiegen auf 71 bin wieder bei 77 yeah yeah nice ich glaube man muss man muss Getränke also ich bin grad mit meinem Getränk über 82% gekommen äh und ich hab dieses gelbe Zeug getrunken ja ja ich glaub du musst einfach lange deine Gesundheit hochhalten dann ja durf ich auch mal bitte ans Feuer Herr Konsequo Moment noch 3 Sekunden deine Brille sieht voll scheiße aus hast du dich mal im Spiegel angeguckt Junge wie überhaupt ist dein Arsch voll fett was was hier jetzt sind die Stuts so was kannst du ran toll ich brenne großartig warum tust du mir das an Daniel ich hab nichts getan mhm so siehst du aus ich bräuchte mal was zu essen ich auch ey ich hab leider nichts ich kann mir nur die zwei Eier in die Pfanne hauen ich hab niemand mehr Eier ich hab alles hier reingetan ich hab nur noch Getränke ich hab nur noch 3% essbar sie muss mal was essen hm ich muss auch was essen ich hab nie mehr viel so Daniel mein Lieber wo bist du hier warum kann ich das eigentlich machen schock dir hier Antibiotika ja halt warte kann ich noch nicht ich muss erstmal ein paar Sachen ablegen doch du kannst es weglegen wo ist er im Lager im Lager in die Holzkiste in der Ecke lege ich dir oh ok scheinbar kann man hier auch Motorrad fahren ja ja du kannst später auch Fahrzeuge fahren ich hab nämlich einen Einkaufskorb für mehr Platz auf dem Taschenmotorrad soll ich den aufheben ich hab Taschenmotorrad Reifen irgendwo hier drinnen gehabt ey wo sind die denn hin Marius ist wie eine Termite ich würde sagen Marius hat die weggemacht Daniel ich hab dir eine Nagan Schematic in den Waffenschrank gelegt eine wat eine Blaupause von einer Nagelpistole ah cool jetzt will ich nur wissen warum die Waffe hier ich kann sie zusammensetzen aber vor allem wo ist denn meine Taschenlampe ach wir haben schon Messbecher im Feuer cool ja hab ich irgendwann mal letztens Messbecher ja ich hab noch 3% Nahrung ich nehm mal die 11 Kochtöpfe raus weil ich würd sagen wir bauen hier mal ne Truhe hin ich hab 0% ich brauch dringend was zu essen habt ihr irgendwas äh Eier sehr gern obsidieren ich hab du trappst mit deinem Ei ok ich hau mir das Ei jetzt so rein äh passiert dir noch was oder Marius ich hab dir die schon abgelegt die liegen hier irgendwo rum ach so naja äh das waren die zu sehen deswegen frag ich dich so blöd oh Gott sei Dank auch mehrere ja naja 1 bringt ja nun gar nix na 6% immerhin so äh wie kann man denn ne Kiste oder Truhe craften äh ja Freude Freude Rohstoffe Ekoa vor allem so das klingt als gesicherte Aufbewahrungstruhe hab sie das klingt so als würde sie die Eier mit Schale essen naja das klingt schrecklich schnups 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 so ich hatte einmal Schrotflintenteile wo sind sie weiß ich nicht also Daniel wenn du keinen Überblick über deine Sachen hast da kann man dir auch nicht helfen was bist du noch für eine ja 5 Punkte zu vergeben damit ich die kriege auch Level 5 yeah ich sehe ein Zopmi Wahnsinn Athletic braucht man 20 Punkte für Gesundheitsfreak dann okay ich hab jetzt hier drei unfertige abgesiegte Schrotflinten drinne schön aber ich hab jetzt ich hab ja jetzt fehlt mir hier ein Griff ich raste aus äh ich will ja nichts sagen ne aber bei den also Zombie-Kills Marius hat von uns am meisten der hat 55 und dieser Ubiquitos Pumpkin-Typ hat 443 Danny hat 621 ja ihr fragt euch warum ich ein höheres Level bin bin Level 6 geworden yeah Daniel von dir hätte ich mehr erwartet ja ich bin ja schon dabei der Level 6 wenn du das meinst ne ich hätte von dir mehr Zombie-Kills erwartet mehr Headshots you know ich hab ja kaum welche kaum welche gesehen meistens wenn dann war ich gleich tot vielleicht kriegst du ja auch irgendwann mal hin ne Waffe zu craften so ich hab irgendwo meine Taschenlampe run gecraftet run gecraftet brauche ja auch keiner ja Taschenlampe kannst du an Waffen craften ja so ich hab jetzt nochmal ne 149er Pistole zusammengesetzt falls die jemand haben möchte überleg grad was ja ich hätte gerne ne Pistole ich weiß auch gar nicht wo meine ist warte welche Pistole die unten ne ne warte ja komische Geräusche oh da kommen Haufen Zombies ja ich wusste eine wo kommen die? ähm ich stehe ich glaube am Haupttor vorne dann hoch aufm Wall und dann abmauksen ich komme ich komme wie kein vom Haupttor dann ist die andere Seite dann ist die andere Seite da stehen alle nochmal offen da wollte ich nur sagen hab's erledigt nice da kommt noch einer da kommt noch einer der ist aber ganz schön beweglich da kommen nochmal drei schauen wir keine Pfeile mehr keine Pfeile mehr oh lauf doch nicht weg ich dachte wir sind Freunde ich bin so ein geiler Kopfschütze ich will mich ja nicht selber loben aber ich bin ein bisschen heiß ich hab noch ein Pfeil aufgezogen scheiße ist hier noch einer Marius warte ich geb dir die Pistole darf nur einer oh mein Bogen ist fast im Eimer hervorragend was brauchte man nochmal für einen Bogen danke bitte ähm für die anderen Waffen hat's nicht so gereicht mit den Teilen also das nächste ist eine 66er Pistole liegt unten im Waffenschrank Josi wenn du die nimmst achso die hat keine Munition ne ja Mumpeln brauchst du extra heute was braucht die neun oder zehn Millimeter ne ich selber nur noch 14 auch für eine Armbrust braucht man Leder scheiße der Kleber ist auf jeden Fall unten da hab ich schon drei Tuben oder so da Klebeband hab ich auch abgelegt das ist ja geil Waffe mit Flashlight dran ne ja ihr könnt die übrigens selber noch nachrüsten ne ja die Waffe kannst du direkt machen würdest du dir das den Bogen hier liegen gelassen ja das ist mein Eimer der eine Zombie hat hier drei Wasser mit gehabt nice jetzt muss ich nur noch Munition haben Daniel tu mal nie her entweder herstellen oder finden wie viel was sind die für Munition 9 Millimeter nehm ich mal 9 Millimeter nehm ich mal hab ich selber nur noch 14 Schuss warte mal verwendet 9 Millimeter Munition kann zusammengesetzt und repariert werden wenn du das Buch Pistolen gelesen hast Linksklick um den Gegenstand am Rezept oder am Team genauer anzusehen nein ich will reparieren guck mal man sieht die Milchstraße 9 Millimeter brauche ich Schwarzpulver Patronenhülsen und Geschossspitzen Schießpulver habe ich Patronenhülsen habe ich aber ich habe keine Geschossspitzen Kriegt man die denn her was kriegt man woher Geschossspitzen keine Ahnung aus Clay und aus Eisen eine Daniel ist glaube ich im Safe ich habe eine gefunden und mitgebracht glaube ich das Feuer ist ausgegangen ne das sind du meinst bestimmt die Pfeilspitzen oder? könnt ihr die Truhe hier verwenden die hier steht? gesperrt steht da ja ich bin grad dran ne versuch mal nochmal ok ne ne das ist blöd würde sie gerne offen machen warum kommt da dieses Geräusch? ja das riecht mich auch die ganze Zeit kommende Nacht ist übrigens wieder Day 7 ne ach du scheiße haben wir noch was zu essen? weil das ist unser größtes Problem wir brauchen nicht unbedingt jetzt was zu futtern deswegen lasst uns vielleicht jetzt einfach mal in die andere Richtung von der Map gehen und gucken dass wir irgendwie zu S-Barm kommen ja ich würde eventuell vorschlagen das Problem ist ich weiß dass es meine Sparte ist für die ich mich gemeldet habe aber ich finde nichts ich hatte noch zwölf alte Sandwiches das könnte vielleicht reichen an den verrecken wir oder? doch Lebensmittelvergiftung 50% naja dass hier auch nirgends wo Munition ist oder? würde halt in die andere Richtung von der Schneegrenze sozusagen gehen Wann habe ich denn Wann habe ich denn Scharfschützen Munition aufgehoben? what? ist die Karte genordet? ja dann Osten ok da wäre ich auch hingegangen mir fehlen immer noch Federn für Pfeile ne? ich habe heute keine Pfeile mehr das ist richtig scheiße ich kann dir Federn geben ja das wäre echt nice ja ich brauche vielleicht finden wir jetzt noch Panesta weil ich habe auch nur noch 7 Pfeile das ist sehr schlecht ja Mann ich vergesse immer jedes Mal irgendwas wegzupacken ja also ich mache jetzt die Probe aufs Exempel ich werde jetzt mal eine alte ja ne alte 21% Nahrung pro Stulle das ist richtig geil warte mal du wolltest Federn haben ich habe ne Snowberry Vergiftung da 14 ne was? von den Blaubeeren habe ich ne Vergiftung echt? krass hab ich auch gegessen äh Borderline Edible bedeutet don't eat too much ok wenn ich Antibiotika habe kann ich doch theoretisch mehr Essen davon nehmen nein kann ich nicht wir liegen übrigens Federn vor dir Marius aber als Notnagel reicht das mal sag ich mal so das einzige was gerade sinkt ist die Ausdauer hier sind 15 Flaschen Wasser drin ja und es arbeitet noch ah stimmt gut wenn wir Getränke genug haben ist erstmal schön also ich habe bei mir im Inventar 14 ich würde auch gerne welche nehmen aber irgendjemand blockiert das Feuer ja ja es ist scheiße dass man die Truhe nicht sharen kann das ist total sinnfrei ja irgendwie schon ja da sind jetzt nur Messbecher Kochtöpfe und die leeren Glaskrüge drin macht erstmal nicht so viel aus ja einfach mal 8 Eier am Feuer so ist wo Tag gehen wir Richtung Osten und suchen Essen ja dafür und haltet die Augen offen bezüglich äh willst du die ganze Zeit jetzt das Feuer jetzt brennen lassen? ne ich mach aus habt ihr genug äh trinken mit? ja tot 10 nehmen wir mal 7 mit wie lange hält denn die scheiß Blaubeervergiftung an, Alter ok ich nehme hier mal 12 mit wie man immer wieder in den Zombie tritt und das so Squatch macht mhm oh Gott hier war schon wieder dieses Geräusch hehehe sieht auch gebaut aus hier, oder? ja also hier war definitiv schon mal jemand das ist ja ohne Frage, aber die ein Vogeln lässt in dem nur Eier sind war ich ja nicht schon mal drinnen in meinem haus hier oder doch vogelnester ringsherum sagen nein vor allen dingen naja kosten einem übelst ausdauer kann die tür nicht kaputt machen ja dann hat das einer gebaut das geräusch heißt dass es nicht geht aber warum ist dann zombie drin ich habe ja wahrscheinlich habe was schönes gefunden hier in der sporttasche auf jeden fall haufenweise fehlern also ich bin jetzt wirklich erstmal für den abend versorgt ich habe 73 das ist solide sollten wir nicht vielleicht ein bisschen zusammen bleiben ich dachte wir suchen die häuser nach essen ja das hieß ja nie dass wir uns komplett alles trennen müssen ich habe was gefunden ich bin jetzt gerade umzingelt von ungefähr 14 und es macht halt auch keinen sinn jetzt die munition an denen zu verschwenden notfalls beine in die hand und weg pistole munition gefunden nice stückchen scheiße gefunden wie es mehr sinn macht die holzwand neben der tür einzureißen anstatt die tür selber ja oder auch nicht oh mein gott hier schon wieder ein waffenschrank leute ja ich weiß auch nicht habe ein glückliches händchen dafür scheinbar ja warum gibst du dir auch so viel mühe du idiot naja dann würde ich sagen gehen wir mal zu daniel bei jose maus bist du dass der hier draußen rum steht und den dicken abschießt ja und die acht anderen 14 schuss munition gefunden dummerweise 10 millimeter ich glaube schon mal auf dem ding rum weggeheu sie oh fuck nimmer geht dann rechts ich habe mir schon mal die dual wieder so eine dose für thunfisch alter hältst du das für schlau jetzt ruhig nicht gerade was denn na die jetzt alle hier abzuschießen weil du verballerst doch deine ganze munition du hast doch gerade gesagt du hast 76 federn oder ja für mich ja für dich nur für mich ich habe eh nicht viele ja und ich sehe auch leider gerade nicht so wichtig wo daniel sein soll unten im keller am haus ich habe ihn gehauen für dich ich habe noch nichts zu essen gefunden hier war ich schon mal drin schön wie viel nahrung habt denn ihr maus kommen mit es kommen ganz ganz viele ich habe null dann komm mal zu mir ich habe noch eine dosensuppe naja ich bin gerade noch bei 19 prozent aktuell geht es aber ach so ich bin bei 39 ich habe mir auch gerade eine thunfischlose reingedrückt ja die sind ja leider nicht so besonders die kosten einen haufen flüssigkeit ja da kommen alles haus zu falls für keine gute idee im haus zu bleiben in meinem haus weiß nicht ob es dein haus ist mein dein alles bürgerliche kategorien könnt ihr das haus spezifizieren in dem ihr seid die sind im selben ja aber ich nicht deswegen guck auf die karte oh eine hühnersuppe das ist das haus wo die tür verschlossen ist ähm da ist ein loch an der seitenwand du rennst gerade an uns vorbei ja rechte seite da seid ihr in dem haus was dem anderen typen da gehört ne ist ja ok ach du scheiße oh mein gott war schön euch gekannt zu haben